Ui, jetzt ist es ganz finster. So, jetzt wird es besser. Ja, servus ihr heute mit Sonnenbrillern. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schon wieder fast April. Und ja, ihr könnt mir wieder mal schreiben, welche Videos Ideen ihr habt, beziehungsweise welche Videos ich noch im kommenden Jahr für euch machen soll. Also ich verspreche euch gleich, dass ich es jetzt mal ein wenig Züge erledige. Nicht so wie im letzten Jahr, wo es erst ein halbes Jahr drauf kommen möchte, wie ihr Wünsche. Nein, aber wirklich, also schreibt es mir wieder mal rein, was ihr gerne sehen wollt. Egal, ob Straßen, Bus, Videos, Formate oder ganz einmal andere Videos. Und ja, dann geht es ihr dahin im April, Mai, Juni. Schauen wir, was es dann wird. Gut, dann sage ich euch wieder servus und bis zum nächsten Mal.